Am besten erkennt man Hasen daran, dass sie längere Löffel haben, also längere Ohren, mit einer schwarzen Spitze obendrauf. Und der Balk, also das Fell, ist bei den Hasen mehr braun-gelb, während es bei den Kaninchen mehr grau ist, mit ein bisschen weißer Bauchdecke. Ja, ja. Die Läusche, also die Beine sind länger als beim Kaninchen und die Blume ist weiß, auch mit einer schwarzen Spitze. Insgesamt, sehen Sie mal, insgesamt sind Hasen immer größer als Kaninchen. Jetzt passen Sie mal auf, was da passiert. Ja, ach nee. Ich glaube, da sieht man was ganz Besonderes. Den Hochzeitstanz der Hasen. Ich habe mal davon gehört. Ja, das wird es sein. Eigentlich ist es ein Tanz vor der Hochzeit. Da kloppen sich die männlichen Hasen erst mal so ein bisschen, ohne sich richtig wehzutun. Und dann machen sich die Stärksten an die Hasendamen ran. Aber die sind auch nicht ohne. Die kloppen zurück. Die nehmen nicht jeden. Naja, es ist so eine Art Spiel. Ein Hasenflirt, sozusagen. Ich packe mich genau zu sagen. Ich würde könne die Eltern sagen. Ich stהו da. Bitte комнаte. Wir können es nicht. Aber jetzt seid ihr in die Ostmars relacionieren. Es haben dieaclesanic.